Und jetzt kommen wir zum Gesamtsieger der Europameisterschaft. Willkommen zu Matthias Hornung, dem Mann aus Bayern, der immer sehr elegant, sehr cool wirkt. Er mag eher das ruhige Posen. Ein Mann ohne Schwachstellen. Vielleicht war seine Definition nicht ganz so perfekt wie die Woche zuvor in Wietzhauna. Trotzdem wird er hier ein Wörtchen mitreden bei der Vergabe der Goldmedaille.